Lokomotive? Weißt du, welche Farbe das ist? Ja, ich glaube schon. Aber weißt du das auch? Nee, so ein Ziggyband! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 haben. Lokomotive, weißt du welche Farbe das ist? Ja, ich glaube schon, aber weißt du das auch? Welche Farbe sind das? Das ist grün und rot. Ja, grün und rot. Schranken gehen auf. Und die magischen führerbefliegen hoch. Ja, und jetzt kann der Zug weiterfahren. Ja, aber bis dahin. Ich kann dann zwei mittagische Würfel. Weißt du eigentlich welche Farben das sind? Ja, vielleicht. Weißt du das denn auch? Ja, da sind's. Grün und blau. Ja, die Schranken auch gehen. Los. Da kommt schon der Zügi-Mügi. Weißt du, Lokomotive? Welche Farben das sind? Ja, ich weiß. Welche Farben sind das? L. Geld und Orang. Ja, jetzt fliegen wir wieder hoch. Und die Schranken gehen auf. Und du lässt den Zug weiterfahren. So, du kannst es weiterfahren. Zügi-Mügi. 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 Weißt du eigentlich welche Farben das sind? Ja, sag's mir doch mal. Ja. Sag mal. Sind grün und schwarz. Ja. Und was sind das für Farben? Orange und blau. Ja, jetzt können die hochfliegen. Da, 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 da. Haben wir die nicht schon mal? Was sind das für Farben? Das sind rot und selb. Ja. Ja. Blint. Und jetzt? Hier muss jetzt. Müssen die beide Räsel lösen? Orange und schwarz. Hallo? Oh. Welche Farbe ist das, Lokomotiven? Oh, rot und schwarz. Ja. Ich kann die hochfliegen. Und plötzlich ging sie auf. Hurra, wir haben, hurra, wir haben es geschafft. Die Schranke hat sich tatsächlich geöffnet. Nein. Oh, wer ist stärker? Die weiße. Nee, die rote ist stärker. Nee, die Wende ist tatsächlich stärker. Eine unerwartete Wende. Das ist ja die ganze Ladung draußen. Das ist ja die ganze Ladung draußen. Ja, dasextrad hinweist. Hier hat man grundsätzlich gar nicht schwer. Oh, die das ist schon so. Und soื. Nein, der muss jetzt aufrang werden. Ne, der muss jetzt aufgaben werden. Und jetzt. Ja, dasسب. Der war der Geld Playing. Das einmal war der Geld Kubar. Das war der Geld Leeu Battizard. Jetzt müsst ihr alle Farben raten. Hier sieht man! Das ist zelleckere Blatt, das wäre Meilkut, das wäre kaltes blau sein, das wäre rote Das ist rein, das ist weiß, das wäre blaue Haut, das wäre ruhig, das würde ich Das ist hellgrün, das ist dunkelgrün, das ist rot, das ist gelb, das ist gelb, das ist rot, das ist rot, das ist grün und das ist gelb und das ist schwarz und das ist blau. Ja! Wenn die Leons Zugi-Bahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 13. Tschüss! Das war's jetzt. Tschüss!